Freitag, der 3. Dezember 2021. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch heute heißt es Adventskalendertürchen öffnen und wir beginnen mit dem Kalender aus dem Geld. Da kommt ein Herz im Schneemann hervor. So bei dem Windel, den ich aus dem Tegut habe, kommt die Schneemann hervor. Bei dem Minions Kalender, den ich aus dem Aldi habe, hat wie gesagt ein bisschen was teures. Kommt ein Autochen hervor und schließlich bei dem 4. Kalender, den ich hier habe und der auch aus dem Tegut ist am teuersten, will mal wieder nicht. Ich habe es inzwischen aufgemacht, da kommt auch ein Aldi hervor. Bitte liked das Video, lasst ein Abo da und ich sage bis morgen. Oh! Oh!